Herzlich willkommen zur Talk24 am 28. April. Selten bekommen die Arztpraxen die Menge an Corona-Impfstoff, die sie bestellt haben. Großländern zufolge könnte es nächste Woche zu einem Lieferengpass kommen. Die verfügbare Menge des BioNTech-Impfstoffs Cominati reiche nicht aus, um alle Bestellungen von Arztpraxen zu erfüllen. Der Impfstoff von AstraZeneca sei hingegen ausreichend vorhanden. Ärztinnen und Ärzte können seit dieser Woche frei wählen, welche Impfstoffe sie bei den Apotheken bestellen. Rechenzentren können Corona-Impfstoffe jetzt abrechnen. Bisher waren zentrale Fragen der Abrechnung nicht geklärt. Jetzt hat das Bundesamt für soziale Sicherung den Rechenzentren eine Verfahrensbeschreibung für die Abrechnung an die Hand gegeben. Die Vorgaben gelten rückwirkend zum 1. April. Das BAS plant drei Auszahlungstermine pro Monat. Apotheken investieren erheblich in die Impfstofflogistik. Laut einer neuen Aposkop-Umfrage sind im Durchschnitt 2,75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit beschäftigt. Pro Woche werden demnach durchschnittlich 4,2 Stunden investiert. Allgemein wird die Lieferung von Impfstoffen positiv bewertet. 43 Prozent der Befragten finden, dass es gut oder sehr gut klappt. Weitere 32 Prozent vergeben die Note befriedigend. Der Preiskampf um Corona-Line-Tests geht in die nächste Runde. Bei Teleklinik kostet ein Test gerade einmal 3,20 Euro bei Bestellung eines Fünferpacks. Normalerweise bietet Teleklinik fünf Tests für 25 Euro an, also 5 Euro pro Test. Das entspricht den gängigen Preisen der Versandapotheken und Discounter. Ratiofarm hat den Wirkstoffklassiker Paracetamol neu aufgelegt. Durch eine Kombination mit natürlichem Algin soll die Substanz besonders schnell aufgenommen werden. Bei Kontakt mit der Magensäure quillt das Algin auf, die Tablette wird gesprengt. Dadurch soll der Wirkstoff schneller vom Körper aufgenommen werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder. Atock24 ist das tägliche Video-News-Format von Apotheker Atock. Am besten jetzt gleich den Kanal abonnieren und keine News mehr verpassen.